ach so der Weg geht mir jetzt zu lang, ich geh in deinen Mietschach mein Serverprogramm meldet sich gerade und wer hat den TTC, Tom zerstört? das ist mir jetzt zu blöd, eigentlich nicht hin mein Serversystem hat sich gerade gemeldet, interessant er hat gesagt, dass der Server überlastet ist ah, weg hier ah, wer hat schon wieder zerstört ich zerstörte gerade deinen Mietschach ich find's immer wieder geil genau, mein Mietschach, das wär cool so mein Mietschach, die ganze Mietschach ja, okay, ich muss dann jetzt mal weg, ich bin dann, äh, ich komm nachher wieder, ciao nein, ich bin runtergefallen ja, okay, bis dann, tschüss scheiße ja, hier ist es jetzt plötzlich ganz dunkel die hab ich alle weggeschmissen wo bist du? da ist ein Creeper ich explodier, ich lass mal den Creeper explodieren ach, schade ich hab ne tolle Beschäftigung TNT hinsetzen, aktivieren und es runterfallen lassen mal schauen, wie tief das Loch jetzt schon ist mal schauen, wie tief das Loch jetzt schon ist ziemlich tief in dein Mietschach ich komm mal zu dir ah jetzt seh ich nichts mehr ich bin runtergefallen du hast mich runtergeschockt du hast mich runtergeschockt stimmt nicht hier ist, ha, Diamant hier ist Diamant gewesen nicht mehr lange wo bist du? oh unten in meinem Loch ach so es geht nicht drüber ah, Lava, Lava mit dir bevor der Lava unser Tor berührt was? was? wenn Lava TNT berührt, explodiert? ich bin jetzt nicht gefallen und ich häng' hier im Minenschach ab ich bin jetzt nicht rein gefallen ich bin jetzt nicht rein gefallen okay, da unten können wir jetzt erstmal nicht hin wer hat unser Haus bestürt? wer hat unser Haus bestürt? unser Haus, unser Bornhaus äh ich nicht ah, ich bin jetzt nicht jetzt bin ich auch nicht nichts gefallen okay, bin da äh, was macht hier TNT? aus jetzt gut, dass ich da weg bin äh, äh, Wasser? ah, Wasser! die muss ganz schnell als die BTT von den Stoffen ah, es lebt ah, es lebt ich bin auf TNT ich bin auf TNT ich baue die TNT ich baue die TNT aber schön weit weg aufm Berg aufm Berg okay upsala, ich hab's ausversehen angeschlagen scheinbar ah, 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 Wasser! wie gesagt, ich habe es ausversehen angeschlagen ausversehen ja, ich wollte die andere Tasse drücken und dann oh geil, sieht das aus mit dem Wasser warte, ich geh auf die kleine Insel, die übrig geblieben ist da, 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 ah, ich will nicht den Wasserfall runter Insel! jetzt baue ich hier mein Haut ähm, das sieht voll geil aus hier, wie das Wasser hier so runterströmt das werde ich doch wohl zu verhindern wissen da, da hinten ist die Insel da werden wir also unsere TNT, TNT Hauptinsel bauen woher kommt hier noch Wasser? ich bin grad dabei, das Wasser abzudrehen ach, ich mach's mit TNT, geh schneller nein, ich will nicht ertrinken kann man doch nicht trotzdem ist es blöd trotzdem ist es blöd ähm, nö äh, nö äh, nö sprach 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 ich sehe nichts mehr ich bin außer dem wasserfall gefallen ich platziere hier gerade genügend TNT und ich platziere unten noch ein bisschen TNT ich höre irgendwas auf wasserplatschen aber achso das war ich hoffentlich kommt jetzt kein Creeper das wäre wie episch mal schauen was dann wird machen vorher nach der Foto das Greenstein okay ich bin noch am TNT auf dem Spot TNT okay so jetzt brauche ich vorher nachher Foto okay von hier auf das ist am besten kannst du es irgendwie Tag werden lassen ne ne scheiße das ist so müde du ich hab von hier oben mach ich das ein Scheiße Foto Mist Foto gefallen Muss nochmal hoch Hat bei mir gerade auch geleckt Ich weiß warum Weil im Hintergrund ist noch Fertig Adi nachgeguckt Habt wer denn wieder Korte von KMT Ich glaube ich hab den Den Turm Ich glaube der Turm ist hoch genug Ja ich mach noch ein bisschen mehr TNT So So ich guck mal grad nach wie weit Flats Foto Achso ok So jetzt hab ich ein Foto gemacht Und noch ein bisschen mehr Ich hab auch noch ein paar Packs Ich hab auch noch ein paar Packs Achso ich dachte es wäre explodiert Ging wir dafür So eine Auszeichnung Meist gesehen Explosion Ja irgendwie so was Ich mach noch mal die Absicherung vom Wasserbettchen Ja 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 Wir nennen es TNT Wunderland Ach mal sehen Ah ich hab's gefunden wo auch noch ne Lücke ist Das ist ein bisschen mehr Ich hab's gefunden wo auch noch ne Lücke Ich hab's gefunden wo auch noch ne Lücke Ja 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 Das darf nicht werden Ich hab's gedacht 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 Okay Na ja dann mach das ruhig es Prozent 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 ich hab kein TNT mehr ich hole mal wieder ein bisschen TNT wieso schmeißt du es zu mir ich hab noch st das automatisch durch die werden automatisch beckigte ich hätte noch nicht aber kette diesen ganzen Videos da die es gibt so wo Leute irgendwas großes großartiges basteln und dann irgendwie mit Wasser und so ein Kram mit dass sie es eben für sich mit TNT alles und dann noch so ein unterirdischen Fluss bauen aber am besten ist doch mein Wort da ich baue mal ein TNT Schiff von wo wir jetzt hin genau so eine kleine TNT Insel muss aber irgendwie mittig sein äh bin ich hier mittig warte ich guck gleich so ich gucke ich kann es halt schlecht sehen von hier hier ne Wasserfall so mit einem Wasserfall in der TNT ich fang mal mit der TNT Insel an ich fang mal mit der TNT Insel an verdammt du du hast gezündet ja ich hab gezündet du hast gezündet du hast gezündet du hast gezündet du hast gezündet nichts gefallen die Bauer überliegt doch nicht wenn es ist und dann zwei Sekunden und dann wieder da 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 oh Gott was hat du da gestellt ja jetzt geht es weiter Ich komm ich äh Homes Mürbens